Also, mein letztes Kabel läuft hier hin und dann verschwindet es. Irgendwohin. Ich sehe nicht wohin. Es ist einfach weg. Es ist einfach weg. Kann da nicht durchlaufen. Es ist kein Geheimnis. Vermute ich, dass es schon nach unten geht. Gut, ins Gebäude rein. Uh, Apfel. Irgendwas anklicken. Baum und Mensch wären eins, oder wie? Keine Ahnung, wo das Kabel hingeht. Schrefe ich es nachher wieder. Geh mal wieder den Hauptweg entlang. Hier runter. So, genau. Da hinten war man auch vorhin gelernt. Dann laufen wir diesen Weg erstmal weiter. Oh, eine Fabrik. Ich spiele halt über 500 Rätsel. So. Oh. Dual malen. Ähm. Jetzt muss ich mir irgendwie Farben merken. Wie die aussehen. Die ist erhöht. Oh mein Gott. Wo geht das Kabel hin? Hier läuft ein Kabel. Schauen wir uns mal an, was wir hier haben, bevor wir es aufmalen. Das ist ein Generator. Der Brushed Throne. Das beginnt wohl hier hinten. Dual malen. Och. So. So. Ach ist einfach. Schon einfach vorbei. Timothy, die heißt zurück um. Die Strecke. Glückwunsch! Ah, hier kann ich nachher das Boot rufen wahrscheinlich, weil ich dieses schwarze Kabel, was immer wohl immer so herkommt, aktiviert habe. Hier geht's weiter, okay. Das sieht man einfach. Wollte gerade sagen, das sieht doch einfach aus. Wir gehen auf der Kette rum. Hallo? So wird auch nicht, so wird auch nicht, so wird auch nicht. So wird auch nicht. Geht ja nur so. Miep miep. Ah. Okay. Große Loch. Puh. Sind nicht verzogen hier, hä? Das ist definitiv eine Sackkasse. Ja auch. He, he, he. Ihr wisst wollte. Warte, ich fiel da unten anfangen. So, 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 so. Das Kabel. Das Kabel läuft. Ach so, das war die Schiebetür, okay. Folge dem grünen Kabel. Wee. 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 Okay. Ach, nö. Schau, schau, schau. Okay. Gehen nach unten und nach oben. Oben hat ein Verschluss drauf. Darf noch nicht. Also gehen wir runter. Und jetzt wieder was lernen. Dann lernen wir mal. Dual. Beide Sachen sammeln. Ach du Kacke. So, 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 so. So, so, nein. So. Nein, das ist doch Kacke. Dann kommen wir da neben mir hin. WAH! WAH! Wenn ich so mache, dann so. Da nicht mehr hin. Kratz, Kratz. Aha! So, Spiegel verkehrt. Das war der einfache Weg, he? Okay. Läuft. Läuft bei mir. Was ist da unten? Wieso läuft da auch ein Kabel? Mit Kräne? Ach, jede Linie hat seine eigene Farbe. Oh, je. Ah, nicht so. Wart, äh. Wieso, äh? Ah, nicht so. Was war denn da? ich hab da alles gehabt? ach ne, der Ohr ist aber er sagt, ok, blau hieß blau ach, da wo ich starte ist blau das wäre irgendwie zu einfach, irgendwie das Gefühl doch wieder schwarz, schwarz kann ich egal mit welchem auch rufe oh rufe dann rufe ... 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 Der Blau fängt definitiv hier unten an. Aha! Uh, doppelfarbig. Ey, warte mal, da unten war aber auch noch irgendwas. Ne, das ist wie so ein Kettenscheiß. Ohlala, Display ist aus. Was? Was muss ich denn machen? Das hat was mit dem Hintergrund zu tun. Krass. Schnell witzig gemacht. Ne, da hat man hier was aus übersprungen. Oh. Ich schaue auf die Spiegelung. Irgendwann springt er sich zurück wieder. Irgendwann etwas. Das ist sowas hier. Ich schaue auf die Spiegelung. Ich schaue auf die Spiegelung. Ich schaue auf die Spiegelung. Und da ist das mit einem Spiegelung. Ich schaue auf die Spiegelung. Und die Wolken geht es auch nicht. Was ist da drüben? Zwei hoch, ein hoch, ganz hoch, da rum, da rum. Da hinten, die da hinten. Die wurden gemeint diesmal. Geiler Trick. Und mit Längsverbindung. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Die zwei sind es auch nicht. Ich nehme halt die drei runter, hoch, ganz hoch und da rum. Was bringt mir das jetzt? Ich habe es halt geschafft, aber wie. Ich grün. Alles grün. E-Mann oder Frau? Ich weiß es nicht. Also gehen wir wieder hoch. Zum zum zum. Wir haben dieses Kabel hier gemacht. Es läuft hier hin. Ah ok. E-Mann oder Frau? Bist du? Du hast es nicht. Aber du hast es nicht. Ich bin der Kabel. Ich bin der Kabel. Ich bin der Kabel. Er kann sich nicht mehr. Ich bin der Kabel. oh ich komm hier aber in gelb nicht mal ran ist ich schon gemein nicht mal sondern nicht Bis zum nächsten Mal.